Ich spiele seit, ich glaube, Mai 2018, also relativ seit einem Jahr. Ich spiele auf allen Trommeln eigentlich das Vintage Ambassador, einfach weil es sehr schön offen klingt und so ein bisschen muffling hat im Vergleich zu dem normalen Ambassador, was ich als Resubel hier drauf habe, vorne auf dem Trommel. Auf der Bassdrum habe ich einen Powerstroke 3, das hat für mich schon immer super funktioniert. Das habe ich eigentlich schon immer gespielt, auch wenn ich noch nicht Remo gespielt habe. Auf das Nähe habe ich manchmal auch so einen CS, so einen Control Sound, weil es offen klingt, aber noch ein bisschen mehr verträgt an Punch. Es ist super variabel und vielseitig einsetzbar und deswegen bin ich super zufrieden damit. . . . . . . . Ich spiele Ambassador Coated, weil ich habe das Gefühl, es klingt ein bisschen wärmer alles. Es kann sein, dass ich total falsch liege. Es kann auch sein, dass das Auge total falsch urteilt und sich beeindrucken lässt von der weißen Oberfläche. ich habe einfach gerne weiße Felle, weiße, raue Felle. Keine Ahnung warum. . . Bis zum nächsten Mal.